Musik Hallo, ihr Menschen. Hallo. Es ist 24. Es ist Weihnachten und ich hab irgendwas umgeschmissen. Geil. Ähm, ja. Ich hab gestern eine Weihnachtsfeier gefeiert. Bei mir und so. Ich hab ganz viele Disney-Lieder und so gesungen. War voll schön. Ähm, ja. Heute ist Weihnachten und wir gehen gleich in die Kirche, weil meine Schwester Dingens aufführt. Krippenspiel und so. Ihr wisst Bescheid und so. Und ja, mal gucken, ob ich es auch nicht vergesse, heute Abend ein bisschen aufzunehmen, wenn wir Geschenk auspacken und so. Und ja, bis nachher oder gleich. Vielleicht nehm ich ein bisschen was von meinem Kirchenbesuch auf. Und so. Mal gucken. Ja. Ja. Hallo. Es ist halb zwölf. Am welcher ist heute? Der 25. Heute ist der 25. Also der achste Weihnachtstag. Tag. Und ich hab meine wunderschöne Gunso-Katze bei mir. Ich liebe meine Grimso-Katze über alles. Ähm, ja. Was wollte ich erzählen? Genau. Ich habe eben gerade den Kalender, also ich mache jedes Jahr einen Kalender für meine Patentante. So einen ganz normalen Kalender halt. Mit Bildern von mir und so. Und ich hab heute, also meine Malkünste sind der Hammer heute geworden. Also manche Sachen sind voll geil geworden, wo ich so richtig stolz auf mich bin. Aber sobald ich anfange ein Einhorn oder ein Pferd zu malen, Absturz. Also ich wirklich, ich Pferde und Einhörner kann ich einfach nicht malen. Und manche Sachen sehen bei mir auch so, weiß ich nicht. Manchmal sehe ich aus, als sehen meine Sachen aus, als würde ich nicht malen können. Und manche Sachen sehen aus, als würde ich voll gut malen können. Aber naja, ich zeige es euch am besten mal, damit ihr Bescheid wisst und euch selber eine Meinung dingsen könnt. Ich bin da ein bisschen krank, man hört das ein bisschen. Aber naja, ich zeige es euch mal. So, das ist erstmal schon mal absolut mega krass, ne? Na, die Fresse von Marie. Eine Schildkröte. Das geht dann wieder voll, ne? Also die Schildkröte ist ganz okay und ein Regenbogen. Keine Ahnung. Was haben wir noch? Da ist mein Einhorn. Leute, bitte. Ich habe fast geweint, als das Einhorn fertig war. Es sah aus. Ich meine, ich weiß nicht. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde die Fresse voll geil, aber egal. Es ist auch sehr schön, die Seite. Das geht voll, da habe ich nicht so viel. Das ist eine Bumsebiene. Und eine Eule. Und eine Blume. Und eine Marie. Dann haben wir hier wieder eine Marie. Hier war ich voll einfallslos, muss ich sagen. Da habe ich einfach so Dingens hingemacht und hässlige Luftballons. Die sehen wunderschön aus. Dann, oh ja, mein Kleopatra-Dings. Da habe ich auch ganz schlicht und einfach ein bisschen so Ägypten-Gedöns gemacht. Und eine Sonne. Seht euch diese wunderschöne Sonne an. Wunderschön. Und hier ist alles im Wunderland ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Ein bisschen. So in Gelb wäre die doof geworden, weil so Gelb ist immer so, sieht man nicht so doll. Deswegen, das habe ich auch so ein bisschen so Bleistift drin gelassen, weil sonst sieht man das nicht so gut. Und ja, halt alles im Wunderland ein bisschen. Ja. Dann, nächste Seite ist auch nicht gerade ne, halt. Oh nein, eine Marie in Bikini. Scheiße. Supervers. Jetzt geht's aber los hier. Ah, der ist süß geworden. Auf den bin ich stolz. Der ist süß geworden. Da ist wieder eine Marie und eine Wolke. Ja, wenn man Platz hat, macht man einfach Wolken. Dann habe ich hier vom Hutmacher den Hut hier oben hin gemacht, weil ich da auch so einen Hut auf habe einfach. Und dann habe ich eine wunderschöne Teetasse. Also wirklich, die sieht krass geil aus. Und auf dieses Bild bin ich unglaublich stolz. Das muss ich wirklich sagen. Da ist meine liebe Raupe. Und das, da bin ich stolz drauf. Das finde ich, ist mir wirklich gelungen. Also, da bin ich wirklich stolz drauf. Ja, ja, da bin ich, ja, da bin ich stolz drauf. Und da haben wir eine Grinsekatze. Die ist sehr stylisch geworden. Aber halt auch eher, weil die nicht so ausgemalt ist. Aber mit diesen, äh, Dingensstiften kannst du auch nicht wirklich gut malen. Und, ja, mein Bruder und ich. Und das letzte ist ein bisschen einfallsloser, aber mit wunderschönen, süßen Dingens Weihnachtsmännern und die nicht scharf werden. Aber egal. Ja, ja, das war's auch schon. Das ist so schlimm. Aber wir fährt da runter. Freitig. Das ist immer so. Wer trinkt denn jetzt hier? Ja, das Gröschen ist in der Zimmer. Und heute, hast du das schon vom Boss ausgeholt, das Last Gröschen? Das nenne ich ein Video. Ah, Junge. wie ist das Ding? Cool, ne? So, mein Video. Hallo, mein Name ist Marie. Marie. Und ich setze davon Laptop in Kribitz. Da sind wir heute hingefahren. und ich gucke schon wieder in den Bildschirmen in das Objektiv. Ich gucke ich gucke und danach und dann noch was. Und danach gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und noch was? Tun wir noch was? Du? Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017